...die wir auch noch gut geschafft haben, oder würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit 3.4 FR Game. 5 Module, 5 Minuten, 3 Strikes können wir uns erlauben. Ab jetzt kann alles, was wir bisher dran hatten, auf der Bombe drankommen. Also, ich sag, also, mal gucken, was jetzt drankommt. Wir haben die Symbole, mach dich bereit für die Symbole. Ich habe die Wire Sequences und ich habe wieder dieses Wort von gerade eben und das Labyrinth. Also, ich habe die Symbole umgedrehtes Fragezeichen, Smiley, I, X und das B mit dem Strich. Mach dich bereit für die Wire Sequences. Ich habe schon mal ein schwarzer C, das kann durch. Rot zu C. Ja. Blau zu C. Nein. Blau zu A. Ja. Blau zu C. Nein. Äh, Quatsch, klar. Klar, blau zu C, äh, blau zu C, sorry, schwarze C, mein Fehler. Ja. Oh, Mann. Blau zu C. Jetzt blau zu C. Blau zu, äh, schwarz zu A. Nein. Okay. Schwarz zu B. Äh, schwarz zu, äh, nein. Rot zu B. Ja. Sind wir durch. Mach dich bereit für das Labyrinth. Ja. Bist du da? Ich habe, also, die grünen Punkte sind einmal bei 4, 3 und bei 6, 3. Ich selbst erfülle mich bei Position 2, 6 und muss zu Position 4, 2 kommen. Mach dich bereit, äh, Jan, für die, für das Passwort. Ich habe für die Buchstabenmöglichkeiten die ersten sechs Buchstaben übergenommen sind. B. L. G. I. Warte, was? B. L. G. G. I. S. W. Zweiten sechs Buchstaben sind M. J. K. Q. V. C. Nochmal. Die zweiten Buchstaben sind M. J. K. Q. V. C. W. Gut, wo muss ich langsam beim Labyrinth? Äh, macht euch, macht euch, übrigens, ganz kurz, äh, Cry, äh, doch nicht Cry, äh, Matching, welche Buchstaben, äh, was ist die Reihenfolge der Symbole? B mit Strich. Ja. Dann das X. Ja. Das Fragezeichen. Und dann das Smiley, gut. Äh, macht euch bereit für Memory, mein Display sagt eine 3. Was muss, wo muss ich am Labyrinth lang? Äh, zwei runter. Ja. Äh, nein, zwei runter war falsch. Wir sind explodiert. Warte, du hast gesagt, 2,6 hast du doch gesagt, oder nicht? Ja, 2,6, aber zwei runter war in dem Fall, äh, tot. Scheiße, ich hab grad das falsche Teil gesehen. Ah, schade. Egal, kann passieren. Ist jetzt hier Vorführeffekt, ich kann euch sagen, die Jungs sind Pros. Also, macht euch wieder bereit für die Symbole, ich hab einen Simon Says. Ich hab auch wieder das Merkteil und wieder die Wire Sequences. Wir fangen an mit den Symbolen. Ich habe das A, wo in der Mitte noch so ein Strich runter geht, das gespiegelte C mit dem Punkt in der Mitte. Das handschriftlich geschriebene JL, was am Ende noch so abknickt. Und dieses, wie soll ich das beschreiben, diese Art Blitz, wo am Ende noch zwei Runde Punkte sind. Äh, Jan, ich habe dieses Who's on first, mein Display sagt They are, komplett ausgeschrieben. Ähm, mach ich bereit für die Wire Sequences. Ich habe ein Schwarz zu B, kann weg. Blau zu C. Nein. Rot zu, äh, nicht Rot zu A, sorry, ähm, Blau zu A. Ja. Rot zu A. Nein. Rot zu C. Nein. Schwarz zu A. Ja. Blau zu C. Nein. Blau zu C. Nein. Rot zu B. Nein. Wir sind durch. Gut, also, äh, sagt mir die Symbole kurz an, Reihenfolge. Magelien? Ja. Symbole? Äh, ich habe dies nicht gehört jetzt. Oh Gott. Äh, was brauchst du kurz, Jan? Jan, was brauchst du? Welche? Links Mitte. Links Mitte ist U, H, H, H. Gut, die Symbole ist das A. Warte ganz kurz, der Wecker klingelt mal wieder. So. Also, ich habe dieses A mit den drei, das A, was in der Mitte noch so einen Strich hat, dann habe ich das gespiegelte C mit einem Punkt in der Mitte. Das handschriftlich geschriebene JL und so einen Blitz, der so ein, so, so am Ende so Ah, ich weiß es nicht. Gut. Dann müsste es sein, ähm, das A, das N, JL und das C. Das A, der Blitz, das JL und das C. Gut, sind durch. Ähm, ich, Simon Says, ich habe keinen Vokal in meiner Seriennummer und es blinkt grün und ich habe keinen Strike. Grün, dann grün drücken. Jo. Es blinkt grün. U, H, U, H. Warte ganz kurz, U, H, U, H habe ich nicht. Nein, es blinkt grün, gelb. Äh, grün, rot. Okay. Es blinkt grün, gelb, grün. Also, grün, rot, grün. Es blinkt grün, gelb, grün. Na, das ist easy, das kann ich auch wieder machen. Okay, auf ein letztes. Grün, gelb, grün, grün, gelb. Alter, what the fuck? Ja. Okay, sind durch. Macht euch, macht euch bereit für das Passwort. Ich gebe gleich noch was. Also, zu they are. Nein, U, H, U, H habe ich nicht. Nächstes. Warte, äh, welches war denn das? Was stand jetzt links Mitte? Links Mitte war U, H, H, H. Das ist ready? U, dreimal H. Ja, dreimal H. Ready? Ach, das ist das Erste. Ready? Nein. Nothing? Nein. Left? Nein. What? Äh, mit Fragezeichen? Nein. Habe ich. Ich habe jetzt wieder... Hold on. Hold on. Äh, unten rechts. What? Ohne Fragezeichen. Ähm, U? Also, U, H, U, H, H, H. Dreimal H? What? Also, U mit drei H, ja. Habe ich. Ich habe noch... Lead. L-E-E-D. Ähm... Unten rechts. U-R. Ausgeschrieben. Ja, Y-O-U. Leerzeichen A-R-E. You're? Also, das zusammengeschriebenes Ganze? Nein. Next? Warte mal. You're zu... Äh, Y-W jetzt? Mit Apostrophe oder... Ohne Apostrophe. Y-O-U-R. Ja. Habe ich. Nein, hatte ich... Was? Hä? Hatte ich doch aber... Okay. Neues Wort. Der Screen ist komplett leer. Ähm, unten links. U, U... Äh, U-H, also... U-H und dann H-U-H. Ach, das... Ja, äh... Genau, dasselbe nochmal. Also... Habe ich, okay. Ja, okay, habe ich jetzt. Eine Minute. Ich habe nur noch dieses Passwort. Ich habe als Anfangsmöglichkeiten... U, Q, J, G, X, C. Was war das vor X? C. Guck mal. Ich, äh... Ich gucke mal nach Wörtern. Ich habe als zweiten Buchstaben keine Konsonanten zur Verfügung. Keine Konsonanten. Oh mein. Nur Vokal, okay. Das heißt, es muss mit... Es muss mit U losgehen ansonsten. Weil ich habe kein T oder irgendwas. Ähm, okay, äh, 20 Sekunden, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich habe... Mit dem fängt nichts an. Äh, mit... Ich stelle hier U, Q, J, G, X, C, V, irgendwas. Nix mit U, nix mit J, nix mit, äh, Q... Kein Anfang mit X ist es auf jeden Fall. Ähm... Planned. Ja, planned. Oder Pays, beides. Ich habe kein P am Anfang, wir sind tot. Du hast doch am Ende gesagt P, oder nicht? Ähm, zweitens. Beim zweiten. Wir haben es nicht verstanden, was vor, äh, X kam. Okay, das tut mir leid. Ähm, dann fange ich am Anfang gleich mal damit. Pass auf. Äh, haltet euch mal bereit. Es wird wahrscheinlich wieder drankommen. Ich gebe euch am Anfang direkt ein paar... Also die ersten zwölf Buchstaben. Und dann lasst ich mal einfach mal euch da knobeln. Dann macht der Rest das mit mir dann, okay? Jo. Warte, dann kann ich schon mal knobeln. Jo, von mir aus. Ich gucke ganz kurz. Ich habe den Schmarrn... ...dieses Mal nicht. Macht euch bereit, macht euch bereit für Drähte. Ich habe wieder who's on first. Mein Wort ist U-R. Also irgendwie zusammengeschrieben. U-R. Ich habe sechs Drähte. Ich habe ein gelbes, zwei rote. Und ein blaues. Der Rest ist uninteressant. Ein gelbes, zwei rote. U-R oben links. Ne, sechs. Sechs. Oben links ist okay. Ausgeschrieben. Ja, okay. Also, äh, warte, warte. Also, O-K-A-Y. Ja. Middle? Nein. War der Middle? No, habe ich nein. Was? Nochmal, das ist das das Dritte? Nein. Yes? Ja, habe ich. Ich habe... Ähm, warte mal, bei den Kabeln... Sechs Stück. Das vierte. Müsste es sein. Ein gelbe. Perfekt, 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 perfekt. Ja, hatte ich. Okay. Oh, scheiße, ich habe Mose-Code. Macht euch bereit für Memory. Ich habe... Mein Display sagt eine 2. Zweite Position ist eine 1. Mein Display sagt eine 3. Ähm... Erste Position. Ist eine 3. Mein Display sagt eine... Oh, Alter, der fickt den Wecker, ey. Mein Display sagt eine 4. Ähm, 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 ähm. Dem Button mit der 4. Das ist Position 1. Mein Display sagt... 3. Ähm... Gleiche Position wie in 2. Da hast du die 1 gedrückt. Erste Position? Ja. Oder die Zahl... Doch, war richtig. War richtig. Gut, war richtig, ja. War die Zahl 3. Und ich habe eine 2. 2 ist... Gleiche Nummer wie in 2. Das war die... Äh, das war die 3. Okay, sehr gut. Ich habe noch Mose-Code. Scheiße, ihr habt noch Complicated Wires. Macht euch bereit. Ähm, welch... Ich mache Complicated. Achso, gut. Complicated. Äh, nicht Complicated. Sorry, ich meine hier, ähm... Nicht Complicated, sondern das andere hier. Den anderen Scheiß. Wire Frequencies. Also, erst mal... Schwarze C kann ich cutten. Ich habe ein Rot zu A. Ich suche noch gerade. Ich suche noch... Gut, äh, mach dich bereit für das weitere. Mein Display sagt SES. S-A-Y-S. Unten rechts. Ähm, okay. Auszuschieben. Bin bei den Bayern. Bin bei den Bayern. Äh, rot zu A. Okay. War ganz kurz. Rot zu A. Nein. Rot... Äh, schwarze C. Ja. Äh, jo. Blau zu B und blau zu A. Ganz kurz. Was? Sag weiter an. Blau zu B, ja. Blau zu A, als zweites ja. Also, blau zu B durchschneiden und blau zu A auch. Ja. Okay, jetzt gehe ich euch als erwartet. Ich muss gleich weiter mal bei den anderen. Ich habe rot zu C und rot zu C. Zweimal. Äh, beide nein. Okay. Und ich habe schwarz zu A und blau zu A. Schwarz zu A, nein. Blau zu A, nein. Sehr gut, wir sind durch. Ähm, ich habe... Oh, scheiße, ich habe Mosezeichen. Mache ich gleich. Okay, mein Display sagt SES. Bitte nochmal langsam ansagen. Von Anfang an. Das war okay. Middle. Nein. No. Nein. Nein. First. Nein. Yes. Habe ich. Und mein Display sagt... Your mit Apostroph. Ähm... Rechts, Mitte. What mit Fragezeichen. What mit Fragezeichen. Scheiße. Da. You. Äh, wie geschrieben? J-U. Nein, habe ich nicht. Warte, doch. J-U habe ich. Perfekt. Okay, ich habe jetzt noch Mosezeichen. Oh, fuck. Das war jetzt wieder Krieg hier im Jahr. Kurz, kurz, kurz. Kurz, 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 kurz. Äh, das... Ich habe dreimal kurz und viermal kurz. Das sind die ersten beiden Buchstaben. Ja, super. S-H. 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 Müsste Shell sein. Welche Frequenz? 3-5-0-5. 3-5-0-5. Ja. Dann sind wir durch. Oh. Nice. 1, 20 noch übrig. Oh, das klingt mega gut, Leute. Oh, ich hasse die Mosezeichen. Das klingt gut. Ja, das klingt wirklich gut. Dann wird es jetzt wieder ein Schritt Hardcore-mäßiger. Wir haben jetzt... 5 Module und 2, 30 Zeit. Boah, jetzt müssen wir hier aber... Oh, das wird hart. Das wird richtig hart. Da müssen wir jetzt richtig zusammenarbeiten. Okay. Oh, noch einmal kurz den Finger nochmal aneinander reiben. Da geht jetzt das hier los. Also. Boah, ich bin echt mega aufgeregt, weil wir dann hier dann sitzen. Okay, macht euch bereit für... Ich habe zweimal Wire. Ich habe einmal 4 und einmal 6. Macht euch bereit. Also bei den 6 Wiren, ich habe zwei gelbe, drei rote, ein blaues. Bei den 4 Wiren habe ich zwei blaue, ein rotes, ein gelbes. Ich habe einen gelben Button, auf dem Press steht. Ich gucke mal nach dem Button. Okay. Ähm, warte mal. Bei den 6 Kabel... Ja. Bei den 6 Kabel kein weißes? Nein. Äh, rot war? Dreimal. Dreimal. Sechs Kabel. Ja. Wenn nichts zutrifft, dann... Wie viele gelbe? Zwei. Zwei. Ja. Wo war der Button? Machilin, äh, gelb. Und er sagt, Press Machilin, ich habe vier Kabel. Von oben nach unten. Rot, blau, gelb, blau. Wenn nichts zutrifft, einfach weiter runterstrollen. Dann steht ganz und otherwise sofort Kabel. Ja, dann... Ja, ja, ach ja. Button, den gelben Button, drücken und sagen, welche Kabel. Blau. Äh, vier. Geschafft, okay. Oh, Alter, dieser... Was will dieser Wecker eigentlich immer von mir? So, also, was muss ich bei den sechs Kabeln durchschneiden? Letz... Äh, vier. Das vierte. Gut. Ich habe... Was muss ich bei den vier Kabeln durchschneiden, Machilin? Äh, das ist die zweite. Sehr gut. Ich habe... Ich habe Labyrinth und ich habe die Symbole. Macht euch bereit. Äh, du für das Labyrinth. Also, Labyrinth, mein einer Punkt ist bei 4, 0 und mein anderer Punkt ist... Ne, warte mal. Eins, zwei, drei, vier... Ne, ist bei 4, 1, sorry. Mein einer Punkt ist bei 4, 1, der andere ist bei 5, 4. Ich selbst befinde mich bei Position 3, 5 und muss zur Position 3, 2. Machilin, die Symbole. Ich habe die flache 6, den Kerzenständer, dieses Hashtag-Rauten-Zeichen und dieses... Diese gespiegelte 3 mit zwei Punkten drüber. Äh, zuerst die 6. Ja. Das E. Ja, genau. Das... Das Hashtag. Okay, wie muss es beim Labyrinth gehen? Ich bin gerade noch... Moment, warte. Ähm... Du musst... 2 nach links, also ganz nach links. Ja. Einen runter. Ja. Einen nach rechts. Ja. Einen runter. Ja. 2 nach rechts. Ja. Einen nach unten. Ja. Einen nach links. Rekordzeit, Alter. Die Fuse, wir haben noch 30 Sekunden übrig. Wir haben jetzt für die 5-Kack-Botule 2 Minuten gebraucht, ey. Langsam läuft das hier. Das war doch richtig. Okay, ich habe das heute... ...wann auch zweimal einfache Kabel dabei. Okay, aber... Ich hatte das mit den Dingen zu zeichnen, mit den Symbolen, habe ich das auch verstanden. Okay. Das ist ja nicht so schwer. Oh. Oh, bald geht der Stress für mich los. Da habe ich selbst noch so eine kleine Minibombe an der Bombe dran. Oh. Yo! No room for errors. Ein Strike. Ein Fehler und wir sind weg. Ach du Scheiße. Okay. Aber wir haben wieder 5 Minuten Zeit und 5 Module, also 1 pro Minute. Wir können uns Zeit nehmen. Okay. Also, ich habe wieder... Ich habe wieder 6 Kabel. Ne, warte, ich habe 5 Kabel. Ich habe einmal 5 und einmal 6 Kabel. Äh, ganz kurz. Ich habe einen gelben Button, auf dem er Bord steht. Meine 6 Kabel sind rot, gelb, rot, blau, blau, schwarz. Also ein gelbes. Äh, meine 5 Kabel ist dreimal gelb und zweimal rot. Der Knopf. Wie viele Batterien? Ähm, mehr als 2. Ne, warte, ne, genau 2. Ne, dann nicht. Äh... Äh, ja, dann drücken und sagen, welche Farbe kommt. Blau. Bei einer 4. Gut. Ähm, bei den 6 Kabeln? Ähm, hast du weiße? Nein. Dann die 4. Position. Sehr gut. Äh, bei den 5 Kabeln? Du hattest kein schwarzes? Nein. Dann das die 2. Sehr gut. Ich habe jetzt noch, äh, on the subject of who's on first. Mein Wort ist red. Red, 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 red. Und dann habe ich noch on the subject of memory. Mein Display sagt 4. Warte, rechts, Mitte. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte ist press. Äh, press. Warte, ganz kurz. Vierte Position. Ja, vierte Position. Das ist eine 1. Ganz kurz hier jetzt zu den, äh, who's on first. Press. Right? Nein. Äh, habe ich. Ich, ha, äh, mein Display sagt C. Ein von uns C. B? Äh, ja. Äh, oben rechts. Ja. Jua. Äh, U, R. Ganz kurz, der Wecker unterbricht mich wieder. So. Done. Nein. U. Habe ich. Mein Display sagt eine, äh, oder es sagt DER. T-H-E-I-R. Äh, warte mal, wo ist das? Ach so, eben, das ist Mitte rechts, müsste es sein. Okay, ausgeschrieben. Ach, übrigens, mein Display sagt eine 1. Ähm, die Nummer 4 drücken, also nicht vierte Position, sondern... Das ist Position 3. Äh, sagt an. Was ist bei sehr? Ich habe das Wort nicht verstanden. Bei der war es Mitte rechts und das war okay, wenn das richtig war. Mittel? Habe ich. Diffused. Mein Display sagt 3. Drei, äh, dritte Position. Das ist die 4. Oh, Leute, wir schaffen das. Mein Display sagt 4. Ähm, die gleiche Position wie in 2, das war die dritte Position. Das ist wieder eine 4 und mein Display sagt eine... 1. Äh, gleiche Nummer wie in 1, das war die 1. Wir sind durch, in 2... Oh, bitte. Wir haben 2 Minuten 25 Sekunden gebraucht. Halleluja, Alter, langsam, wir werden hier die richtigen Pro-Defuser. Wollen wir noch eine Bombe ranklatschen im Let's Play oder jetzt erstmal hier Pause machen? Nee, ist das egal. Gut, dann... Warte, ich gucke mal ganz kurz, wie viele Bomben haben wir noch in Section 3. Eine haben wir noch, die heißt 8 Minutes mit 8 Modulen, 3 Fehlern. Oh, okay. Aber wir haben genügend Zeit, gut, dann klatsch die jetzt noch ran. Mein Internet ist ja schnell genug, dann kann ich das easy hochladen. Warte mal, dann gibt's bestimmt, ähm, äh, Wörter, also ein Passwort, dann kümmere ich mich darum. Aber ab jetzt ist, ab jetzt kann alles dabei sein, also. Ich habe... Ich habe Morse-Zeichen, ich habe drei Drähte, mach dich bereit. Schwarz, Gelb, Blau. Ich habe, äh, Simon Says, ich habe... Ein Vokal in meiner Seriennummer. Und dann habe ich wieder... Second Wire, zweites Zekabel. Genau, ja. Perfekt, Leute. Gut, ganz kurz, ich habe wieder diesen Passwort-Scheiß. Ich habe als ersten sechs Buchstabenmöglichkeiten X, V, S, W, U... Warte, W oder B? Äh, W. Also wie Werner. Ja. Aber B habe ich auch, also... Okay. Und V. Okay. Gut, und die zweiten sechs Buchstaben könnten sein K, W, E... Nochmal. E wie Erner? Ne, Werner, Werner wieder. Werner. Werner, dann direkt darüber das E. Wie Ernest. Dann das V. Ganz kurz, mein Wecker hat mich mal wieder gemeldet. Ähm, N. Und C. Okay, gut. Und K. Gut, ähm, mach dich bereit für die Symbole-Maschinen. Ich habe den Tennisschläger, diesen nicht ausgemalten Stern, das umgedrehte Fragezeichen und das gespiegelte C. Cry, mach dich bereit für Wire-Sequences. Ach ja. Keinen, keinen Vokal hast du gesagt, ne? Nein, keinen Vokal. Okay. Und es blinkt, warte, ähm, grün. Grün. Äh, ja, es blinkt grün. Und jetzt habe ich einen Strike. Ach so, ne, ich habe einen Vokal, sorry. Wie ich schon gesagt habe. Gut, gut, gut. Ich habe jetzt einen Strike. Ein Strike, okay. Es blinkt grün. Blau. Es blinkt grün. Blau. Ey, es ist jetzt immer das Gegenüberliegende. Immer das, von dem das blinkt, Gegenüberliegende. Okay. Also blau. Gut, dann dürfte ich durchkommen. Also das, das, das. Gut, wir sind durch. Oh, fuck, Mauskos habe ich keinen Bock jetzt. Ich habe einen weißen Button, der Detonate sagt. Und ich habe die Symbole jetzt. Ganz kurz, was haben die Symbole? Also, du hast einen Tennisschläger. Ja. Das C mit dem Punkt drin. Ja. Den Stern. Und das Fragezeichen. Mach dich, äh, gut, äh. Wie viele Batterien? Sag mal, was für die Batterien. Eine. Ne, drei, drei. Sorry, drei. Ja. Direkt loslassen. Okay. Mach dich bereit für das Labyrinth. Ich habe, wenn ihr dann da, bist du da? Ähm. Ne, warte, lass das Labyrinth. Wir gehen zu den Wiresequences. Okay. Ja, bin da. Blau zu A. Nein. Blau zu A. Ja. Rot zu B. Nein. Rot zu B. Ja. Schwarz zu C kann durch. Schwarz zu A. Ja. Schwarz zu C. Nein. Blau zu C. Nein. Und rot zu C. Nein. Durch. Mach dich bereit für das Labyrinth. Ja, bin da. Gut, also, ich, meine Punkte sind bei 4,3 und bei 6,3. Ich selbst befinde mich bei 6,4 und muss zur Position 5,1. Gut. Äh, Jan, wie sieht's aus? Hast du? Below. Below. B, E, L, O, E. Ja, okay. Stell dir gerade ein. Sehr gut. Du musst zu 5,1. Ja. Und bist bei 6,4. Ja. Dann ganz nach unten und ein nach links. Ja. Okay, haben wir das. Was fehlt jetzt noch? Oh, nein. Morse Code. Scheiße. 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 Aber gar nicht, ich hab 4 Minuten Zeit. Gut. Jetzt ganz langsam. Oh, Mann, Alter. Dieser fick Morse Scheiß. Da. Ich hab das jetzt auch. Kann ich auch mitgucken. Okay, also. Lang, kurz, kurz. Ne, lang, kurz, lang. Das ist der letzte Buchstabe gewesen. Sorry. Jetzt kurz. Ne, lang, kurz, kurz, kurz. Neuer Buchstabe. Kurz. Lang. Kurz. Neuer Buchstabe. Kurz. Neuer Buchstabe. Kurz. Egal. Ist egal. Habt ihr die ersten mal Buchstaben? Warte, wenn es zweimal kurz ist, müssen zwei Es in Folge sein. Ne, ne. Ich hab beim dritten abgebrochen, weil ich voraus gekommen bin. Was war das zweite nochmal? Der zweite Buchstabe? Sofort. Ähm. Es geht gleich wieder von vorne los. Warte, der erste war lang, kurz, lang, ne? Ne, der erste war lang, kurz, 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 oder? Ja. Der erste Buchstabe ist lang, kurz, 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 kurz. Und der zweite Buchstabe ist kurz, lang, kurz. Der dritte Buchstabe ist kurz. Der vierte Buchstabe war jetzt kurz, lang und weiter weiß ich nicht. Egal. Bitte, guck mal noch den ersten beiden Buchstaben. Break oder Brick? Okay. Break oder Brick? Dann guck ich jetzt nochmal. Es müsste Break sein, da der, da der zweite ist E und der vierte ist Break, das ist 3,5,2. Oh, Pizze, ich hab schon zwei Fehler gemacht, wenn ich das jetzt verkackt habe. Diffused. Nice. Alter. Weil ich mich einmal bei den, ähm, bei den Passwort hab ich mich vertippt gehabt, aus Versehen. Und dann hab ich noch was anderes falsch gemacht. Das war, glaub ich, bei den Complicated Wires einfach noch verdrückt. Aber, hallelujah, damit haben wir jetzt sämtliche... Drei-Punkt-Nuller-Bomben gemacht. Jetzt wird's langsam richtig schwer. Aber ich würd sagen, das hier wär's im nächsten Mal, meine lieben Freunde, wenn's gefallen hat, das dann nach oben da. Und, haut rein. Ihr dürft euch auch noch verabschieden, Leute. Jo. Ciao.